Musik Herzlich willkommen im Kunstmuseum Bern. Sie befinden sich in einem der ältesten, grössten und schönsten Kunstmuseen der Schweiz. Unsere Sammlung vermittelt einen lehrreichen und spannenden Überblick über die Kunst vom Spätmittelalter bis zur unmittelbaren Gegenwart. In den Wechselausstellungen reflektieren wir aktuelle künstlerische und gesellschaftliche Entwicklungen. Dabei konzentrieren wir uns auf die Klassiker der Sammlung mit der Schweizer Kunst, dem Kunstschaffen in Bern und der international vernetzten Gegenwartskunst. Musik Schlüsselwerke der Kunstgeschichte haben unsere Sammlung weltweit bekannt gemacht. Die Sammlung ist ein lebendiges Gebilde. Sie wird in immer neuen Zusammenhängen präsentiert. Sie wird erforscht, zeitgemäss vermittelt und permanent erweitert. Musik Von unseren umfangreichen Sammlungsbeständen können wir nur einen sehr kleinen Bruchteil in den öffentlichen Museumssälen zeigen. In unseren Depots lagern etwa 4000 Skulpturen und Gemälde, sowie rund 60.000 Arbeiten auf Papier. Musik Ich lade Sie herzlich ein, das Kunstmuseum Bern zu besuchen. Kunst ist eine Orientierungsgrösse in unserem Leben. Sie zeigt auf, woher wir kommen, wohin uns unsere Zukunft führen könnte. Kunst bereichert unser Leben. Sie sind eingeladen, sich in einer entspannten Atmosphäre mit ihr zu befassen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020